Der Hauptschiedsrichter ist bereit, die Zeitnehmer und die Keeper auch und dann wirft er die Scheibe ein und los geht's ins Spiel hinein mit den Wölfen von links nach rechts in den dunklen Trikots, die Ice Fighters in Grau. An der blauen Linie erstmal die Scheibe, daraus bisher noch nichts machen können, noch kein Kapital haben daraus schlagen können. Jetzt läuft die Scheibe gut an die blauen Linie zurück und dann wird der Puck abgefälscht und letztendlich kann er da nichts mehr machen. Der Eric Hoffmann im Kasten der Ice Fighters und nach vier Minuten und 32 Sekunden gibt es hier den ersten Treffer des heutigen Abends für dieselbe Wölfe. Letztendlich die ersten richtig gefährlichen Situation, das Tor machen. Snetzinger, der Torschütze und nur ein paar Sekunden später klingelt es schon wieder im Kasten der Leipziger, die da nicht wirklich sortiert bei der Sache waren. Und dann gibt es also hier sofort den zweiten Treffer für dieselbe Wölfe. Am Kasten vorbei, also mittlerweile, da jetzt gleich zehn Minuten durch sind, ein überaus verdientes 2 zu 0 wollte ich sagen. Und da schlägt es zum dritten Mal ein im Kasten der Leipziger nach neun Minuten und 14 Sekunden gibt es den dritten Treffer für dieselbe Wölfe, die also hier von seinen Jungs sehen will, was vielleicht manchen Spielern zuletzt vermeintlich zumindest abgegangen ist. Das ist jetzt eine super Kombination der selben Wölfe, die da nochmal querlegen und dann haben sie ein bisschen Glück, dass die Scheibe noch einmal vor das Tor gespielt wird und dann schlägt es nach 13 Minuten. Wieder komplett auf dem Eis und viel ist den Wölfen jetzt in diesem Powerplay nicht gelungen. Und auf der anderen Seite Möglichkeit und das haben sie gut gemacht nach zehn Minuten und sieben Sekunden. Also der Anschlusstreffer, Ehrentreffer, wie auch immer, das erste Tor, dass es entsprechend weitergeht. Jetzt die Wölfe mit zwei auf drei, dann ist auf einmal auf der rechten Seite der Spieler völlig frei und da ist das halbe Dutzend voll, sechs zu eins für dieselbe Wölfe nach elf Minuten und 49 Sekunden Klingels. Also im Testspiel zwischen selben und Leipzig. Die Wölfe nochmal mit der Verzögerung Nachschussmöglichkeit, da hat er die Scheibe mal prallen lassen und da haben die Wölfe drauf spekuliert und Dennis Schiener ist dann zur Stelle und macht seinen zweiten Treffer am heutigen Abend nach 56 Minuten und 38 Sekunden der schnelle weite Pass kommen und mit der Technik und der Schnelligkeit kommen sie dann wie jetzt wieder durch die neutrale Zone und dann schlägt es rechts unten ein. Wieder keine Abwehrmöglichkeit für den Keeper der Leipziger. Und 8 zu 1 nun das Ergebnis. Ähnlich wie beim ersten Testspiel der Wölfe, als es gegen Herford ging. Da stand es am Ende auch, während es für die Leipziger in Vorbereitungsspiel Nummer 3 auch Niederlage Nummer 3 zu beklagen gilt. Also, Spiel ist aus. 8 zu 1 gewinnen die Selberwölfe gegen die Eisfalte des Leipzig.